was geht ab mit einem geschenk nicht von mir sondern von der enteck und zwar gestern abend einen code einfach herausgegeben den kann man einlösen gestern ging es nicht weil die server anscheinend überlastet waren aber jetzt soll es gehen der code ist natürlich unten in der videobeschreibung und falls ihr mich um den kanal unterstützen wollt gerne einen kommentar und ein abo aktiviert die glocke das ist der code und nichts besonderes aber immerhin genau ein paar bären, ein paar goldene bären, ein paar silberne und ein paar bälle 4, 8 und 4 vielen dank neintik das war es von mir wieder kurzes info video ich glaube ich bin heute live für die super bonusstunde schaut vorbei ansonsten ihr wisst bescheid immer liken, subscribe, kommentieren, checkt die videos auf, folgt mir auf instagram, facebook, twitter checkt den shop ab und vergesst nicht, Pokemon is your business